Ich bin fast aus Karten. Am wenigsten kriegt er jede Runde dran, drei Schaden. Mal gucken, wie lange ich überlebe. Aber guckt euch das an, das ist einfach das Ding hier macht mir jetzt schon 100 Damage. Ich habe die beste Karten! Boah, wie viele Karten der zählt? Jetzt... Oh, er kann nicht casten. Was passiert da gerade? Ha! Das ist ja übelst geil! Oh mein Gott! Der hat immer wieder Karten ziehen müssen. Und deswegen, er kriegt immer mehr Schaden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh Gott, der hat sich selbst gekillt und er hat auch keinen Tor unter. Oh, ich hoffe, ich begegne dem nie wieder. Ne, er zieht ja die Karten wegen den Spells, die er rausgehauen hat. Der hat die ganze Zeit Ziehkarten, Ziehkarten, Ziehkarten gemacht. Alter, wie geil! Das ist übelst nice. Es ist richtig, richtig gestört. Oh, der arme Typ. Ich glaube, das kann auf YouTube. Definitiv. Das ist so übelst hart. Oh, der hat ja sowas von gewonnen eigentlich. Aber Hölle. Das ist... Oh, ne! Das war der von vor uns. Genau der gleiche. Der hat mich so platt gemacht mit dieser Kombo. Aber... Pass auf, dass du nicht zu viel ziehst. Ich glaube, ich warte jetzt ein bisschen. Ich habe voll Schiss gegen ihn zu spielen nochmal. Und da, wie toll was sollen. Und da, wie schön. Ich habe zu wissen, wenn ich's nicht immer, Ich habe angefangen, wenn ich es nicht zu haben. Ich habe das wie schön. Ich habe mich empfangen. Und wenn ich die Vielen Dankes mit mir zu machen, Untertitelung des ZDF, 2020